also mal gucken was können wir noch ein schönes basteln molly würde ich sagen können sie nicht alle umbringen aber wir können es versuchen komm mal lichten teddy ist das ein runner oder es ist ja ist die frage ob wir die jetzt alle eher umlegen oder wir können natürlich mal probieren was hier abgeht ja versuchen wir die maus zu knipsen nacheinander jetzt können wir natürlich auch schön mit dem jagdgewehr beigehen juli ist nicht der schneidzeintemotion ich glaube das dauert noch ja schon natürlich auch wieder natürlich gleich wieder der fall natürlich wieder morse da ist auch noch einer naja wozu haben wir die ganzen pfeile wenn wir sie auch nutzen dann muss ja schon ein bisschen bisschen bei wenn sie natürlich auch wegnüppeln aber na natürlich geht die ganzen pfeile wieder kaputt ne ist ja klar warum sollte man sich die auch irgendwo rausreißen können und wieder benutzen können sehr unwahrscheinlich alte sie betreten eine ausgewiesene quarantäne zone melden sie sich bei der einberufungsstation bevor sie weitergehen nein das müsste noch einer da sein ne einer oder zwei habe ich habe ich Scheiße. Scheiße. Alter. Sprint zum Fliehen. Okay. Fliehen. Ich will gar nicht fliehen. Da kommen wir gar nicht lang. Scheiße. Aber wir müssen hier hoch, ne? Nein. Muss ich denn hin? Ich glaube, ich werde gleich drauf gehen. Scheiße, Sackgasse. So, jetzt aber. Das war einfacher als gedacht. Das ziehe ich mir nicht so bill. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Das war mal ein bisschen knapp. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ach, die Geschichte. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert. Scheiße, wo geht es weiter? Das hatte ich hier gar nicht mehr auf der Show. Guck mal, da ist ein Kopf. Ne, doch kein Kopf. Ist aber kein Kopf. Weißt du was? Ist kein Kopf. So, hier ist auch nichts. Ich gehe mal kurz nach Munition schauen, weil vielleicht sind da noch ein paar... Nicht, oder doch? Äh, wo sind wir denn hier längst marschiert? Da sind wir lang. Da können wir nochmal höchstens gucken. Ich will Munition. Ist auch noch Munition, oder? Na, guck mal, wenigstens ein bisschen. Siehste, siehste, siehste. Gut, dass wir nochmal zurückmarschiert sind. Ja, ich weiß, Spiel. Lass mich doch mal ein bisschen gucken, Spiel. Okay, hier ist es sonst nichts mehr. So, Ellie, komm. Ich will sich trödeln, Ellie, komm. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Danke, Bill. Ich ziehe mir nochmal ein Medikit rein, vorsichtshalber. So. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Oh, da kommt noch mehr. Ja, weiter, komm. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie. Und wir machen, dass wir hier wegkommen. Ja, schnell rein. Doch auch nicht. Verschlossen. Er wird nicht halten. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill. Durch das Fenster, schnell. Ja, doch, Rainer. Nein. Los, da kommen wir bis hier. Rainer jetzt. Los, knall sie ab. Knall sie ab. Jawohl, so will ich das sehen. Matschige Köpfe. So will ich das sehen. Das hört sich halten. Bill, jetzt beeil dich. Ja, dann weiter. Nachladen, Joel. Teil nutzen. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt. Leute. Pull. Bill, wohin? Erstmal weg hier. Wir müssen raus hier. Komm mit. Sie kommt rein. Weg, Leute. Weg. Ach, ist das die Schule hier? Ah, nee, dann weiß ich schon, was kommt. Nein. Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los. Vorsicht, 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 Vorsicht. Klicker und Gedöns. Wo ist das andere eine hier hinten? Oh, klar, natürlich. Oh, noch ein Runner. Super. Warte, machen wir mal ganz anders. Oh, jetzt aber. Oh, Rainer. So, Klicker. Brennen. Groß Brennen. Worn rein, die Brenner auch. Ja, der macht sich natürlich dann gleich schon wieder... Ja, der kann schon wieder... Der kann schon wieder fliehen, die Sau. So, dich können wir aber gleich wegmessern. Vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig, der hat uns irgendwie schon gehört. Du hörst mich nicht. Na, komm. Da fängt Bill natürlich erstmal an zu quatschen. Ist ja klar. Danke, Bill. Hier ist nix. Ich glaub, das war's. So, wir haben einmal die Pumpgun. Wir sind natürlich wieder voll mit Pumpgun. Na, ist klar. So. Glaube, ich war hier vorne nicht auch gerade was beim Vorbeilaufen anscheinend nicht. 14 Schuss gerade mal mitnehmen, weißt du? Der hat einen riesigen Rucksack dabei. Kann man nur 14 Schuss Munition mitnehmen, als ob. Gute Munition, du. Frechheit. Deswegen sag ich ja, es macht dir durchaus Sinn, schon auf Magazin-Größe zu skillen. Und man dann einfach auch mehr Munition mitnehmen kann. Macht dir erstmal Sinn. Warte, vorsichtig. Wow, wow, wow. Heilige Mutter. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Das hab ich echt nicht kommen sehen. Mist. Ne, was heißt Mist? Schau nach, ob sie etwas dabei haben. Nimm alles mit. Ja, weiß ich doch. Jetzt können wir nämlich auch die Munition von vorne mitnehmen, glaube ich. Wo lag jetzt hier die Mun rum? Irgendwo lag doch hier jetzt noch Mun rum. Hier. Zack. So, wir müssen hier gleich nach oben. So, Fläschchen. Oh. Die nehmen wir mit. Nagelkeule hier. Boah. Da können wir lang. Den Flur runter. Ja, aber wenn wir da lang sollen, dann heißt das ja für mich, dass wir da oben sonst nochmal gucken gehen müssen. Aber wir wohnen an Deck, glaube ich, gerade. Ja, warte mal. Kommen sie. Einer weg. Boah. Boah. Man muss da ein bisschen Munition verballern, ne? Damit wollen wir ein bisschen was kriegen. Guck mal, hier oben war nämlich auch noch irgendwas. Siehst du? Alkohol ist hier noch. Und ein bisschen... Okay. Weiter so. ... ein bisschen Schere. Na, siehst du mal. Oh, halt hier ist noch was. Halt! Elie! Agi, grüß dich. Hält mir mal da mit. Okay, bereit. Ach ja, da kommt gleich das Ding ins Kirchen. Dieses Riesenvieh kommt da gleich. Ja, warte mal. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, da kommt doch was. Weiß ich doch. Ja, weiß ich. Ja, deine Mutter. Deine hässliche. Äh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh. nein das sei richtig alter das sei nicht so richtig nett aus einmal im schädel aufgerissen ja scheiße verreckt eiskalt verreckt ok warte mal ja wir müssen uns um den bloater kümmern das ist alles nichts nein da greift ein einmaler war es das gerade schon wieder wir müssen uns echt auf den auf dem blot da glaube ich konzentrieren ja da gehen wir mal buschen weg 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 so ziemlich nicht. Ja. Da hat man auf. So, jetzt haben wir einen. Oh, erstmal heilen. Fuck ey. Ja, ich will noch ein bisschen Munition sammeln. Wenn's recht ist. Ja, hilf mir rauf. Guck mal, hier liegt noch so viel Material, Bill. Das willst du doch hier nicht einfach liegen lassen. Guck mal hier, was hier alles noch drin ist. Guck dir das mal an. Ah, voll natürlich, ne? Können wir hier noch irgendwas basteln? Auf jeden Fall Molly, würde ich sagen. Auch nochmal, obwohl, nee, warte. Ich glaube lieber nochmal Molly mehr. Ah, okay. Das reichen. Ah. Falsche Sachen dabei, ne? Ja. Ja, müssen wir das Messer da liegen lassen. So ne Scheiße. Ah. Hier liegt nichts mehr. Hier liegt auch nichts mehr. Weiter geht's. Schulsport waren die besten Stunden. Naja, ich weiß nicht. Wenn der Schulsport so aussieht, dann garantiert nicht. Okay. Los geht's. Ach, ich seh jetzt gerade, wir haben ja pro Messer jetzt zwei Einsätze, ne? Joel, hinter dir! Oh, hinter mir! Verdammter Scheiße! Poin! Oh, alter, komm! Oh! Oh, ich hasse diese Dinger. Nein. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Erst mal nachladen. Zieh mich hoch. Ich rieche immer den Mattenwagen. Ja, ja. Ja, ja, die alten Schulsportage. Ja, ja. So runter. Warte, ich muss hier nochmal kurz gucken. Oh, hier ist nichts mehr. Na, mein Freund. Mensch, du. Ja, hier ist noch eine Leiche. Herzlichen Glückwunsch. Finde Munition. Oh, Mensch. Machen wir es schön mit Handarbeit. Noch jemand? Nix. Gut zurück. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Moin. Schön mit Anlauf in die Schnauze. Oh, noch ein. Ja, richtig schön. Rinder. Oh, jetzt Abflug. Tut schon die Hand weh. Ah. So. Rie Mauer. Auf die Lauer. Ah, hoffentlich mal fünf Minuten Ruhe. Das lief ja toll. Okay, ähm, ich geh und seh mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt sagt es, sie kann sich den Job ganz tief in ihren... Wie das gefällt, ist Tester raus? Ganz tief in ihren... Ganz tief in ihren... Scheiße. Hm. Den Zeug war diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrüttel wie er würde so ein Hemd tragen. Ich finde, den Umgang mit den Infizierten sehr fragwürdig. Sie können nichts dafür, dass sie krank sind. Naja, kommt drauf an. Sie haben sich ja infizieren lassen. Also schon, irgendwie. Das ist ein bisschen. Siehste? Und... Er... wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Die waren halt nur schwach. Naja, ich weiß nicht. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Eben noch gelobt, weißt du, auch der arme Kerl. Und jetzt... Oh, der Top. Das Arschloch. Okay, Mann. Wir wollen doch erst mal looten. Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt... Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine... Ich gehe erst mal looten. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Erst klar, Mofi bis morgen. Erst mal schieben wir gar nichts. Die Lude erst mal. Ja, bin mir sicher. Deswegen will ich doch looten, Bill. Hättest mich für ein Amateur. Ich lasse es dich wissen. So. Also, war auch schon eine Weile tot. Nein. Ist ja sonst auch nichts weiter, ne? Ein bisschen sehr minimalistisch. Doch, hier vorne können wir noch gucken. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht dran. Ach, guck. Gut, dass wir noch geschaut haben. Ja, brav. Gib mir die Munition. Gib mir die Teile. Sehr schön. Geil. So, da war nichts. Hier haben wir hier. Sprengstoff. Wüsli-Riegel. Können wir noch irgendwas mit Klinge machen? Das wird geil. Ja, genau. Diese Sprengstoff-Dinger. Diese Dinger, die sind ganz geil. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Dann können wir mich auch gleich... Klebeband nehmen. Und da ist noch ein Brief. Und noch ein Lappen. Und irgendwo war doch eben noch... Ja, mein ich doch. Ja. Da war's der Brief. Da war's der Brief. Good luck, Frank. So. Das ist dem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Ja, guck mal, Frank wieder do. Immer wieder dieser Frank. Immer wieder dieser Frank. Das zieht sich wirklich wie einen roten Faden durch die komplette Geschichte des Gamings durch. Gut, ich glaube, wir haben alles. Dann, äh... Quatsch noch einen Augenblick. Ich, äh... Hab das gefunden und denke... Du solltest es haben. Ich verstehe auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das immer so leise ist alles. Schön leck mich da, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Ja, ich will nur mit Ellie quatschen. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Ich finde... Du leckst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das wärst du schon nicht, Ellie. Okay. Ähm... Ich find's merkwürdig, ne? Ich hab schon das Spiel hochgedreht. Ich hab OBS hochgedreht. Ich hab alles hochgedreht. Und trotzdem ist es immer noch leise irgendwie, ne? Also manchen... Bei manchen Dialogen. Ich find das echt merkwürdig, warum das so ist. Ich kann's mir nicht erklären. Wahrscheinlich werde ich mich im Nachhinein ärgern, dass ich's nicht gefunden hab. Okay, Bill, dann los. Auf geht's. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher willst du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie. Halt dich bereit. Jetzt. Jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Weiterschieben, Bill. Komm schon. Ja, aber das ist ja nicht Sinn, der sagt wie. Da drüben. Versicht. Oh Mist. Das war's. Zurück zum Truck. Wir sind zu langsam. Wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieven ihn auf die Kuppe. Leute, am Haus vorbei. Rechts. Du. So. Nein. Oh, das war knapp. Acht Schuss hab ich noch. Oh. Warum nicht noch was? Halt. Ach, was du mir versaut hast. Du bist uns bald wieder los, Bill. Vielleicht. Können wir hier noch ein bisschen was eins an? Mir lag doch gerade noch was. Oh, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich bin unterwegs. Hä. 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 Oh, adios. Die Donne, adios. Mensch. Dass man sich auch keine vier Minuten alleine lassen kann. Das Problem ist, Queen. Ich weiß nicht, ob das Problem an mir liegt. Das ist am Ding. Okay, ey, ich bin bereit. Oh, nein. Ah, fuck. Mist. So, mal das Ganze. Aber warte mal, bevor wir weitergehen. Hier vorne lag doch, glaube ich, noch was. Da habe ich das schon eingesammelt. Ich glaube, das hat er schon gescannt. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe. So. It's straight nach vorn. Ah, Joel. Ich meine, ich bin nicht schuld. Mist. Mist. Oder war drin. Brav. Da war drin. Da war dreimal drin. Echt jetzt. okay hatte ich bereit dass im nächsten heinis okay jetzt starten starte auf will auf auf bild und weg die gas los Los, gib Gas! Ich bin nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Hier. Was ist das? Um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja... Sind wir quät? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Ja, was will er denn da noch alleine? Na gut. Muss er selber wissen. Jawohl, nicht einsperren am Neuer. Oh Mann! Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm... Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm... Hier. Na, weg das Erinnerung? Weißt du? Also, das war eine Weile vor meiner Zeit. Auf die Straße gucken. Aber die ist gut. Oh Mann. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie... Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Ähm... Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay? Bin ich mal müde. Ja. Ich bin nicht mal müde. Oh nein, nein, nein. Na, klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Ja. Vielleicht der falsche Weg. Hm. Vielleicht der falsche Weg. Hm. Nein. Falle. Das ist eine Falle. Ach, nichts. Wie muss ich es da nur übertreiben? Ja, ich glaube, Queen, das kannst du dir jetzt auch sparen. Ich glaube, es hat sich erledigt. Soll ich wieder Leute töten? Alter, lass Ellie in Ruhe! Spinn! Oh! Genau, so soll's sein! Genau, beißen! Alter, ich fühl das noch nicht durch. Okay, rein, du. Noch ein, du. Was, noch mal einmal, Ellie? Dann gib das aber richtig, du. Was ist bloß los mit denen? Warte durch! Los gehen wir! Okay. Achtung! Freund! Feige Sau! Oh, Sekündchen! Jetzt könnte es vielleicht ein bisschen lauter sein. So, mein Freund. Das ist quasi zwei Staaten weiter. Los! Aber halt, Freud. Was ist das denn nun wieder? Ja, dafür wirst du bezahlen. Wo bist du denn? Da bist du. So, friss mal die Wand. Bitteschön. Ah, so. So, haben wir ja noch Pfeil und Bogen, haben wir. So, nehmen wir Pistolette oder nehmen wir Pistolette. Dann haben wir noch einen Schuss. Oh, gute Nacht. Jetzt könnte es tatsächlich ein bisschen lauter sein. Ah, ich bin ein Schisser. So. Police. Ich glaube, in meinem Leben. Ja, ist das doch. Oh, Alter. Ja, toll. Ah, Drecksau. Drecksau. Wir haben mal sinnlos gestorben. Scheiße. Warum andere Seiten aufzunehmen? Au, au. Ja. Ich seh, ein der Müllkanne. Oh. Gott. Und ich kriege mir gleich noch ein bisschen Munition, was wir hier schon wieder verballern. Hier. Nacht. Oh, ist immer noch jemand da. Au. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Warum verrecke ich denn hier jetzt gerade so oft? Das ist jetzt hier und dann im Part davor. Ah. An. An. Na, komm. Lade doch mal nach. Ich passe auf. Dafür wirst du bezahlen. Na, komm. Zieh mir länger, zieh dir an. Oh, where can she be? She may have forsaken some other like... Hmm. Oh. Und der andere war da hinten, ne? Dann ist er. Lass mal nachladen. Okay, sehr gut. Mit dem Ruhm habe ich mich absolut nicht bekleckert, muss ich sagen. Mit dem Ruhm habe ich mich absolut nicht bekleckert gerade. Zweimal fragt, sinnloserweise. Mann, 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 Mann. Das konnte ich auch schon mal besser. Hatte ich jetzt nicht gerade drei Schuss oder so was bekommen? Oder vier? Da habt ihr auch keine Munition dabei, ihr seid so lausig. Gebt mir doch mal ein bisschen Munition ab. Ich habe doch so viel Munition um euch reingepoppt. Da muss doch mal ein bisschen was über sein. Siehst du was? Schreien ihr so, Ellie? Oh nein. Such Munition, Ellie, los. Ich brauche Munition. Papi braucht Munition. Ihr habt auch nichts liegen lassen. Guck mal, da liegt ein Revolver und da ist keine Munition drin. Ihr habt uns verarscht auch noch. So, kurz mal Check-up. Äh, ich mache nochmal ein. So, davon haben wir zwei, davon haben wir zwei, davon haben wir drei. Das ist okay. Achso, warte, haben wir noch tablettenmäßig noch was. 65. Ah, dann verbrauchen wir 100, ne? Schwankende Waffe. Schwankende Waffe wäre natürlich auch mal nicht verkehrt. Wollen wir schwankende Waffe nochmal wegnehmen? Ja, komm, nehmen wir schwankende Waffe nochmal weg. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, Waffen wechseln. Nix hier, wa? Keine Munition. Keine Teile. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Oh nix. So, guck mal, hier sind wenigstens mal Teile. Oh nix. Was ist denn hier los? Oh nix. Sonst eher mau, muss ich ganz ehrlich sagen. ganz wenig munition also dafür dass es eine halbe armee war ist die ausbeute wirklich miserabel ja finde ich auch sagen also könnte es ein bisschen mehr sein können von einem buch